Hallo, willkommen zurück alle miteinander zu Recent Tears. Once again we are back. Letztes mal haben wir so schön hier mit Louis einen Dungeon gecleared oder beendet. Unseren Abenteuerfreund, der uns dankenderweise seine erste Karte gegeben hat, mit dem er eben zeigen kann, wir sind hier mit einem Abenteuer befreundet und können auch irgendwo in einen Dungeon gehen. Aber jetzt sind wir wieder hier zurück in der Stadt und ich hatte gehofft, dass hier auf dem Town Square irgendwer ist, aber offenbar nicht. Was sich jetzt allerdings freigeschalten hat, ist offenbar hier der Pub. Also können wir wahrscheinlich da irgendwen treffen. Nein, da ist auch niemand, schade. Merchants Guide, ich habe 5 Pixies, mit denen werde ich nicht allzu viel was anderes als zu. Also können wir eh nur nach Hause gehen, ok. Was können wir jetzt zuhause noch machen, ist die Frage. Wahrscheinlich nicht mehr viel, außer dass der nächste... Ja, nicht mehr viel, außer... Ich habe alle erwartungen übertroffen. Neuer Tag ist angebrochen. Für dich, Tier, habe ich immer Zeit. Was ist denn los? Sie hat... Ah, so... Ah, wegen dem Repayment, ok. Ja, da, da, was ist... Holy Beyond Your Means. Sorry, small weekly payments is legit away. Das haben wir vorher schon besprochen. Wir sollten nicht alles auf einmal zurückzahlen, sondern, wenn es geht, in kleineren Summen. Ja. Natalia, hab ich... Du hast mir nie gesagt, wie groß die Schulden eigentlich sind. Das ist auch richtig. Ich würde in Ohnmacht malen, wenn ich es rausfinden würde. Es ist momentan mal ein Geheimnis. Aber wenn wir natürlich schneller sind, können wir das Ganze ganz schneller zurückzahlen. Auf die Tür tun wir mal Display, dann den Kalender im Mainmenü. Also im Hauptmenü kann ich rausfinden, wann ich wie viel zurückzahlen muss, ok? Also soll ich das regelmäßig überprüfen. Ok, das mache ich. Das werde ich auf jeden Fall machen, Tier. Aber lass mich hier vorher jetzt mal da ein paar schöne Sachen aufstellen. Was habe ich denn? Uh, der Backscratcher. Der ist definitiv ein Item, das ich da herzeigen möchte. Das Slime... Anti-Venom... Gegengift... Ah, die Schokolade... Schokolade und der Toast hier sind doch, glaube ich... Na, wobei... Ähm... Das Schwert ist okay... Stab... Na, lass die... Lass mal die Kleidung da stehen. Das Arm dort nicht, aber den Hut, jawoll. Hm... So ein Toast, genau. Was haben wir denn noch so schön aus dem Stab? Habe ich den noch nicht platziert? Ok. Dann stellen wir den da hin. Dann das ordentliche Schwert natürlich. Was machen wir denn? Stab... Warum denn nicht? Da können wir noch was aufstellen. Na, da werden wir das Gegengift aufstellen. Und da... Was haben wir denn noch so Hübsches? Hm... Eigentlich nix großartiges mehr. Da ich kein Schwert mehr da habe, nehmen wir das jetzt einfach her. Dann würde ich sagen... Machen wir unseren Shop auf. Open Shop. Oder Store. Hallo! Was hättest du denn gerne? Das Langschwert... Pfff... Ah, dann möchte ich aber mindestens 200% von dir haben. Ja. Ein bisschen weniger. Ja, aber nur weil's du bist. Mach mal 180. Ok. Shit. Ich hab's versaut. Hallo! Hallo! Warum möchtest du den Stab kaufen, Mann? Bist ein Schwertkämpfer, ey. Ok. Ähm... Naja, gib mir 4,50 dafür eine Kette. Das ist dir zu viel? Ok. Wie wär's mit... 400? 400? 400? Ah, lass... Mach... Mach... 390. Machen wir 390. Ok. Nice! Yes! Ich hab's verkauft. Noch irgendwer? Hallo! Die Kleidung... Wie wär's denn? Na ja, machen wir 130. Ein bisschen weniger. Ah, nur weil's du bist. Und... nur weil's du bist. 150. Ok. Yes! Ich hab's gewonnen. Ich hab's gewonnen. Ich hab's gewonnen. Oh, ein Rusty Dagger. Hm... Na, 500. 500. Ich hab's gewonnen. Ich hab's gewonnen. Ich hab's gewonnen. Oh... Ok. Das braucht einen ganzen Punkt. Ok. Das Schwert werden wir nochmal ausstellen. Ne? Ich hab's gewonnen. Ich hab's gewonnen. Wie? Was ist das? Hey... Was ist das? Ohhhh... Was ist das? das andere haben wir nicht verkauft Wollen wir noch Brot hier aufstellen? Ich darf dazu nicht so recht jemand haben Probieren wir es mit der Chestnut Der Rest? Ich zeig da zwei Worns Machen wir noch so ein Fluid Okay Dann sperren wir noch mal auf hier Oder? Ne? Lass uns die Kleidung da rausnehmen Einen Toast da hinstellen Die Kleidung da Okay Aufmachen Hallo Jawoll Wusste ich doch dass das Ding geht Jetzt probieren wir uns mal mit 150 Ah zu viel Gut Ah 650 für dich Ah shit Okay Ah Learning by doing Hallo Das Brot Ah das ging bei 130 Wollen wir bei 140 Nicht wirklich? Okay Wie wärs mit 135 Ne lass Lass mal 130 Okay Hahaha Er meinte gerade er könnte mich gar nicht mehr zwingen noch weiter runter zu gehen Little does he know Hahaha Ah okay War War absolut in Ordnung Hallo Die Schokolade Ah Ah Lass mal 600 Ah okay Mädchen 55 Nur wer's du bist Hahaha Yes Ich hab eh nix dafür bezahlt oder? Nein ich glaub nicht Hahaha Die Wahl 300 Ein bisschen heftig 250 250 Yes Nice Der Job läuft Der Job läuft Der Job läuft Der Tag in 4 4 Punkte eben unterteilt Den hellblauen Den etwas dunkleren blauen Den leicht roten Die Dämmerung eben Und die Nacht Also morgen Morgen Ähm Morgen Nun Warum nun Eigentlich Ah kein nun Vormittag Also morgen Vormittag Nachmittag Abend Okay Das normalste Prinzip war Ah What you can do Depends on the time of the day Ah Also was ich machen kann Hängt da davon ab In welchen Welchen Abschnitt des Tages ich gerade bin The fall areas Think of each part as a slice of time Ich soll mir das ganze wie einen Kuchen vorstellen Also jeder Abschnitt Oder in jeder slice Jeder Jede Stück Kuchen Ist eine andere Zeitperiode Sie dachte sie könnte das Sie könnte die Die Konstitution von Reset erhöhen Wenn sie es mit einem süßen Essen vergleichen würde Und jetzt bekommt sie gerade Hunger Joan you can only act between morning and night Also ich kann nur zwischen morgens und bis abends Kann ich etwas machen Wenn die Nacht vorbei ist sollte ich ins Bett gehen Oder ich werde ins Bett gehen Weil da habe ich sicher keine Chance mich da irgendwie einzumischen So wie beispielsweise in Harvest Moon Fass das jemand von euch gespielt hat Ich habe zwei Optionen in jedem Abschnitt Ich kann den Shop aufmachen für eben eine Periode der Zeit oder für einen Abschnitt Zeit Ah ich kann auch in der Stadt Sachen erledigen Aber dazu brauche ich auch einen Zeit Abschnitt Okay Und ich kann nicht beides gleichzeitig machen Okay Also sollte ich mich vorher schon überlegen was ich genau machen möchte Okay Ich kenne es da auch einen Aftergang an Okay Selbst wenn ich rausgehe und nichts mache und zurückkomme Nimmt mir das eine Zeit Abschnitt weg Das ist gemein Okay Der Plaza Und der Chapter You can get around Is enough to avoid consumer Is awesome Future Ah Aber solange ich draußen bin kann ich draußen so viel machen wie ich möchte Das verbraucht keine Zeit Nur wenn ich dann in den Shop zurückgehe Also sollte ich viel erlegen wenn ich aus dem Shop rausgehe oder? Ja das wäre eine gute Voraussetzung oder eine gute Angewohnheit So Da ist ganz was anderes wichtiges wenn ich die Stadt verlasse überhaupt Einen Dungeon zu besuchen braucht zwei Abschnitte Zeit Egal was Okay also auch da wenn ich nur reingehe und wieder rausgehen würde Brauche ich zwei Abschnitte Zeit Also wenn ich da reingehe komme ich am Abend zurück Das ist genauso wie es funktioniert Das you can only avoid dungeon at an early point Also kann ich nur früh rausgehen Das heißt ich kann einen Abschnitt verwenden um meinen Shop aufzumachen Und dann kann ich mir entschließen ob ich in den Dungeon gehe oder nicht Dann soll ich erst am evening gehen können Wenn es Nacht ist oder ich habe etwas anderes gemacht Am Abend Dann kann ich da nicht hingehen Denn wenn ich rausgehen würde würde ich sehr spät zurückkommen oder? Genau Das würde nicht nur den Abendtag nennen Wenn wir mit ihm so spät aufbleiben würden Nein du würdest auch am nächsten Tag nichts großartiges machen können Das ist viel zu viel um da einen Überblick zu behalten meinte sie gerade Aber du solltest dich darum gewöhnen Oder du wirst dich daran gewöhnen Oder du wirst dich daran gewöhnen Da bin ich mir sicher mein gerade Tier Du wirst das sowieso Ganz von Von selbst oder von dir aus Dann sowieso Von Haus aus darüber nachdenken Was du denn an diesem Tag anstellen möchtest Das ist richtig Ja Das ist absolut richtig Das ist absolut richtig I must be able to see how much time in particular Ah ich kann immer sehen wieviel Zeit das brauchen wird wenn ich eine Aktion mache Also wenn ich rausgehen würde sagt mir das gleich voran dass ich einen Abschnitt brauche Oder wenn ich den Shop aufmachen möchte sagt mir das auch dass ich einen Abschnitt brauchen werde Wir können das jederzeit nochmal besprechen wenn ich sie anquatsche Ja Sie ist froh mir das jederzeit wieder zu erklären Ah ok Dann würde ich sagen gehen wir Zurück gehen braucht Ich weiß Die Kathedrale leuchtet Ja das ist richtig Ich arbeite für die Finanzcompany Da kommst du doch her meint das egal Also bist du bei denen angestellt Oder? Nein Das ist nicht ganz richtig Sie war Ah sie ist da über eine andere Organisation mit denen über den Vertrag gebunden Also ist sie nicht ganz richtig eine Angestellte von denen Sie ist verwundet denn sie sieht sooo Es ist nicht wirklich so überraschend So viel aus wie sie gekannt hat Ah alle Feen die in der Menschenwelt offenbar sind Sind sowieso irgendwie auf einen Vertrag gebunden warum sie überhaupt hier bei uns sind in der Menschenwelt Aber es gibt auch freie Agenden die hier unterwegs sind also freie Arbeiter mehr oder weniger aber Feen halt Ah so funktioniert das Ja Um die Wahrheit zu erzählen Ja Es ist für Feen offenbar nicht so schwer hier angestellt werden Angestellt zu werden in der Menschenwelt Von Agenden in order to have facilities very life loads Ah die Diese Na diese Organisation der Feen gibt es offenbar so verdammt lange Um hier auszuhelfen Das ist Wahnsinn Das ist unglaublich Ja doch Ah das war das ganze gar nicht Sonst leuchtet hier keiner Da darf ich nicht hingehen weil ich schon zu spät bin Also dann hat sich meine Verdachtgrad bestätigt Ich muss Ich muss ähm Also ich kann maximal entweder rausgehen zurückkommen Oder den Shop aufmachen und dann einen Dungeon besuchen Weil mehr geht sich nicht aus Das kann man jetzt alles am Markt kaufen Ah warum nicht kaufen wir so ein Armband Ops das wollte ich nicht Der ist mir noch immer zu teuer Den Muffler brauche ich nicht Sondern Sieht noch ganz cool aus Kann man sich ja auch verkaufen Die Bücher ich weiß nicht so recht Candy Kann man immer brauchen Ich hätte generell gerne ein bisschen was auf Lager Ich weiß nicht Ich mag das einfach generell gerne wenn ich was hab Hm was haben wir denn da jetzt noch Und da werden wir jetzt gleich wieder einen Candy ausstellen Das war ganz gut Das Schwert behalten wir auch noch da Die Sandan Natürlich den hier Das Schwert lassen wir Die Kleidung lassen wir auch Kann ich den Shop nochmal öffnen Ah ich kann ihn sogar nochmal öffnen Aber dann ist der Tag vorbei Das ist zum Verkauf Das ist richtig Aber ich möchte mindestens 150% dafür Ah Bisschen besser Okay Sag mal sag mal 135% Okay Yes Gut Du hast es gekauft Ah Offenbar Ich glaube ich sehe da grad nen Trend Ich kann offenbar die Sachen Auch um 135% verkaufen Versuchen wir es nochmal Nein Dann möchte es günstiger Okay Dann Für dich mein Freund Weil ich dich grad fast verirrt hab 125 Okay Yes Frau или Oh god Meine Framerate Es ist gerade da hin Hm Okay Oh Louis simple Für dich Louis Ja Oh ich hab mich Krause Marкую Werter hin Jawoll! Wir haben ein Plus von 2,634 jetzt gemacht und haben 3,96 gewonnen. Das ist nicht sehr viel dafür. Das Tutorial. Naja, das war wieder ein sehr erfolgreicher Tag für heute. Oh shit, ich hatte gerade eine Maus, die ganze Zeit hier im Display. Sorry, Leute. Auf jeden Fall, es war wieder ein sehr erfolgreicher Tag. Wir haben Unmengen an Knete gemacht. 2,6, wie ihr so schön sehen könnt. Aber das werden wir hier jetzt erst an der nächsten Episode weitermachen. Bis dahin!